Gebt euch die Hand, bitte. Genie, hol Genie, hol Genie. Aber was willst du? Genie steht neben dir. Roger, Genie steht hinter den Blumen, hinten im Saal. Hol sie. Ja, ja, hol sie. Ich hol sie. Ja, ich hol sie. Ja. Ich wusste, dass was passieren würde. Ich wusste es. Das konnte ja nicht gut gehen. Genie, Genie, was ist denn? Genie, Genie, Genie! Jetzt nehmen Sie es doch mal zusammen. Ja. Ja, das ist der Augenblick, auf den Sie Ihr ganzes Leben lang gewartet haben. Jetzt aber mal los. Ja? Ja. Oh, ich hab geträumt. Oh. Oh, jetzt wäre mir so reitreferent. Das war ja eine Ewigkeit. Das ist ja kaum zu glauben. Bist du, Anthony Nelson, gewillt, Genie zur rechtmäßigen Ehe vorzunehmen? Oh, ja. Ja. Ichить. Ja. Ich verabschiede sie. Ja, ich habe das Wort. boosting. Bist du, Genie? Gewillt Anthony zum rechtmäßigen Ehemann zu nehmen? Oh, oh ja. Und jetzt stecken Sie ihr den Ring an.